Montag, 6. Juni, der dritte Tag, heute bis Genua, 330 Kilometer. Unwahrscheinlich aber wahr, wir wachen auf und es regnet nicht. Lustvoll wird Kaffee und Bims dem Körper zugeführt, dann erklimmen wir die Sättel und die Autostrada durch die Po-Ebene. Vorbei an Verona, Brescia, verlassen wir dann die Autostrada bei Piacenza und erreichen am späten Vormittag Bobbio, liegt schon im Apennin. Pepper bewacht nach dem obligaten Cappuccino unser Hab und Gut, während ich einen kurzen Rundgang in die mittelalterlichen Städtchen mache. Über Bobbio gibt es einiges zu erzählen, zum Beispiel wie die Brücke gebaut wurde. Da hat doch der Teufel dem heiligen Colombano einen Pakt vorgeschlagen, dass er die Brücke in einem Tag baut und der Erste, der dann über die fertige Brücke geht, gehört dem Teufel. Na ja, der heilige Colombano war ja recht gescheit und als erstes hat er dann einen Bären über die Brücke getrieben und na ja, dann hat der Teufel auch den Bären gehabt und es kam zu einem Kampf und und und. Also eine recht interessante heilige Geschichte. Neben der skurrilen Brücke mit der hübschen Sage sind im Bobbio auch der um 1100 errichtete mittelalterliche Dom sowie die San Colombano Basilica wirklich sehenswert. Weiter geht's dem Verlauf der S45 folgend und zwecks Mittagsrast biegen wir irgendwo ins Gemüse ab. Mitten in der Brotzeit taucht auf einmal über uns ein Wölkchen im Teppichformat auf und beschmeißt uns mit Wasser. Lächerlich. Bis kurz vor Genua passiert eigentlich nicht wirklich was Spektakuläres. Nette Gegend, kein Verkehr, aber zunehmende Temperaturen. Wir kommen auch durch die Ortschaft Montoccio, wo wir vor einigen Jahren mit Helmut und Tamara campiert haben. Bald aber ist wieder Beschaulichkeit vorbei, denn in Genua ist Rush Hour. Und das ist kein Lärchen. Der Gürtel am Freitag um 17.30 Uhr ist dagegen wirklich erholsam. Sowas kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Aber irgendwie ist in dem von uns so empfundenen Chaos doch eine Ordnung drin. Denn nichts passiert, jeder lässt den anderen doch überleben. Trotzdem, in dem Gewurrl ist es nicht einfach den Hafen zu finden. Und so wird ein ansässiger, zweiradfahrender Genueser an der Ampel zwecks Leithammelübernahme auch kaut. Und mit unannehmlicher Geste winkte er uns ihm zufolge. Das war ein Erlebnis, wie wir mit dem dicken Plunzen den Rollerflitzer auf den Fersen waren. Wahrscheinlich war CNN eh live dabei. Kurzer Rede, langer Sinn, um 17 Uhr ist es geschafft. Wir sind am richtigen Pier und nichts, aber schon gar nichts könnte uns veranlassen, diesen mit unseren Mopedten wieder verlassen. Ich besorge dann Perpedes, ein paar Liter Flüssiges und einige Decker Festes. Dann reihen wir uns zur Aufnahme in den Schiffsbauch ein. Kaum zu glauben, was da in den nächsten Stunden alles hineingekarrt wird. Die Warterei ist ziemlich langweilig, aber was soll's. Man kann sich als Landrate sowas schon einmal genüsslich ansehen. So um 20.30 Uhr kommen wir dann endlich auch dran. Man fährt hinein in das Schifernakel und glaubt, in einem riesigen Parkhaus zu sein, nur geht's hier wesentlich hektischer zu. Aber man kann nichts sagen. Hier sind Profis am Werk. Unsere Eisen werden fachmännisch verzurrt. Pünktlich um 23 Uhr laufen wir aus. Das Lager ist bereitet, wir sind frisch geduscht und den Rest kann man ja auf den Bildern nachempfinden. Die Pullmannsessel schauen aus wie ein Flugzeuggestühl und stehen in einem Saal von der Größe des Gartenbaukinos, aber statt der Leinwand gibt's vier Großbildfernseher. Ich schätze, in dem Raum stehen etwa 200 bis 300 Gestühle. Das Schiff ist ein Riesentrumm mit Aufzügen, Rolltreppen, Restaurants und und und. Nach einigen Rundgängen finden wir uns aber dann doch zurecht. Ja, jetzt wissen wir zwar wo alles ist, aber leider, zwischenzeitlich, hat das Restaurant seine Pforten geschlossen. Irgendwie ergatten wir aber doch noch zwei Schaumgummistullen, gefüllt mit je einem Schinkenplatterl für eine Mörderkohle. Und so geht auch dieser Tag erfolgreich zu Ende und die kräftigen Motoren der Schiffsdiesel singen uns ein Schlaflied und ihre Vibrationen begegnen. Das Schiff ist ein Riesentrumm mit einem Schlaflied.